So meine Freunde, ja willkommen wieder mal zu so einem Unboxing Video, diesmal nicht von einem Spiel, sondern von einem Anime, der absolut geil ist, und zwar Sword Art Online, mein absolutes Lieblingsanime und ja, es gibt ja schon seit einem Monat die DVD und ja, ich hab grad eingekauft, hier sieht man halt noch zwei Mangas und so, ist ja voll awesome, aber es ist nicht zum Auspacken, sondern wir packen hier diese Blu-Ray aus. So, ähm, scheiße, da müsste ich jetzt die ganze Folie entreißen, im Moment. Oha, eigentlich hab ich's geschafft. So, was haben wir denn hier? Also hier sehen wir halt natürlich die Stadt, vom Anfang halt, inklusive Postkarten. Ja, vielleicht verschicke ich mal auch die ein oder andere, wer weiß. Okay, hier sehen wir Kirito und Asuna, äh, hier sehen wir halt die wunderschöne Asuna rumlaufen, und hier der Klein mit Kirito. Ja, und hier wär so die Disc, ist ja nur eine eigentlich, weil das ja nur eine Volume mit sieben Folgen und so, ja. Das ist auf jeden Fall echt nett, also, das hat mir auf jeden Fall 50 Euro gekostet. Ist zwar teuer, aber, wenn man halt so nett ist und die tollen Leute unterstützen will, wieso nicht? Also hier sieht man nochmal die Box, mit der Beschreibung des Ganze. Und ja, das wär jetzt so mein Unboxing, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja noch weitere Unboxings von so Anime-DVDs, wenn ich mir mal wieder welche kauf. Ja, also euer Hatsanagi-TV oder Let's Play, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ja, kommen wir mal. Ciao.